Moin Leute und herzlich willkommen bei Nilsson 1489. Streamlabs hat ein neues Update für Streamlabs OWS rausgebracht. Wir sind mittlerweile bei der Version 0.18.4 und in diesem Video wollen wir uns einmal anschauen, was denn mit dem Update alles dazugekommen ist und auf was ihr achten solltet, nachdem ihr geupdatet habt. Ein eigenes Logo sowie Layout helfen euch dabei, eine eigene Marke für YouTube und Twitch zu etablieren. Auf Fiverr findet ihr professionelle Designer, die alle eure Wünsche zu einem fairen Preis umsetzen können. Einen Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Ihr wollt mich auch außerhalb der Videos einmal live sehen? Dann schaut doch mal in meinen Livestreams auf Twitch vorbei. Jeden Montag, jeden Donnerstag, jeden Samstag und jeden Sonntag abends ab kurz nach 6 bin ich dort live und ihr könnt mir auch direkt im Chat Fragen stellen. Den Link zu meinem Twitch-Kanal findet ihr unten in der Videobeschreibung. Wenn ihr gestern Streamlabs OBS gestartet habt, dann wird euch aufgefallen sein, dass ein neues Update rauskam. Und zwar ist Streamlabs OBS nun zur Version 0.18.4 geupdatet worden. Im Zuge dieses Updates wurden auch einige Bibliotheken geupdatet. Was dazu führen kann, dass Streamlabs OBS den Stream nicht mehr starten kann. Das Erste, was ihr also machen solltet, wenn ihr die neueste Version von Streamlabs OBS habt, ist euren Grafikkartentreiber zu updaten. Oben in Streamlabs OBS solltet ihr nach dem ersten Start auch einen Hinweis bekommen. Gerade für Nvidia Grafikkartenbesitzer wird darauf hingewiesen, dann die aktuellste Version des Nvidia Grafikkartentreibers zu installieren. Ihr müsst vorher den alten Grafikkartentreiber deinstallieren und den neuen dann installieren. Alle Infos findet ihr in diesem Link, der euch hier oben angezeigt wird. Was danach als erstes auffällt, ist, dass das Editor-Fenster nun anders aussieht. Vorher kanntet ihr das Ganze so, dass ihr einen Editor-Bereich habt, in dem ihr den Stream bearbeiten könnt. Und wenn ihr dann live geht, dann hattet ihr eine Live-Ansicht, die ja okay war. Also man hatte einen Feed von den Activities, man hatte einzelne Buttons, mit denen man schnell mal eben Sounds abspielen kann, beziehungsweise das Glücksrad drehen. Aber man hatte halt einfach nicht diesen Überblick, den man im Editor-Fenster hatte. Also hat sich Streamlabs gedacht, alles klar, wir kombinieren das Editor-Fenster mit der Live-Ansicht. Das heißt, ihr habt nun auf der linken Seite, wenn ihr auf Editor geht, hier eure Ansicht, die ihr auch habt, wenn ihr live geht. Das heißt, wenn ihr live geht, seht ihr weiterhin euren Editor, könnt zwischen den Szenen wechseln, die Quellen an- und ausschalten. Ihr seht einen Minifeed, der neu dazugekommen ist. Dort seht ihr dann die letzten Aktionen, die passiert sind. Also wer euch gefolgt ist, wer donated hat, wer einen Sub dagelassen hat. Das alles seht ihr hier und ihr habt hier dann ein paar kleine Möglichkeiten, um noch zum Beispiel die Alerts zu pausieren, was ihr dann ja vorher in dem alten Live-Betrieb machen konntet. Ihr könnt die Event-Sounds muten oder auch den Media-Share-Controller euch öffnen. Wenn euch das alles nicht gefällt, habt ihr weiterhin die Möglichkeit, auf Switch to Legacy Events View zu gehen und dann bekommt ihr die alte Ansicht, die ihr vorher hattet. Dort konntet ihr ja hier zwischen den Tabs hin- und herschalten für Media-Share, Redemptions, Music-Player, Giveaways, Live-Actions, also hier zum Beispiel Spin-Wheel, um euer Glücksrad zu drehen. Also da habt ihr dann wieder die alte Ansicht. Ihr könnt also einfach hin- und herschalten, welche Ansicht euch gefällt. Ich wechsle einmal wieder zurück zu dem neuen Minifeed. Den finde ich etwas cleaner. Was Streamlabs außerdem getan hat, ist, dass sie das Update von OBS Studio adaptiert haben, welches die dynamische Bitrate eingeführt hat. Was das Ganze ist, erkläre ich euch gleich. Ich zeige euch nun erstmal, wie man dort hinkommt. Und zwar wechselt ihr einmal unten links auf das Zahnrädchen, um in die Einstellungen zu wechseln. Dort geht ihr dann auf Erweitert. Und bei Erweitert scrollt ihr dann ein wenig runter, bis ihr zu Network kommt. Und bei Network gibt es nun Dynamically Changed Bitrate when dropping frames while streaming. Das Ganze ist standardmäßig aktiviert. Ihr könnt es auch deaktivieren. Was bedeutet das Ganze überhaupt? Beim Streamen stellt ihr eine Bitrate ein. Nehmen wir mal als Beispiel eine 5000er Bitrate. Wenn euer Upload aber nun nicht stabil ist und ihr diese 5000er Bitrate nicht mehr schafft, teilweise, weil eure Schwester vielleicht gerade wieder Schminkvideos hochlädt, dann kann es passieren, dass ihr auf einmal verworfene Frames bekommt, weil Streamlabs OBS die Bitrate nicht halten kann. Mit diesem aktivierten Häkchen Dynamically Changed Bitrate when dropping frames while streaming passiert nun folgendes, wenn eure Schwester Schminkvideos hochlädt. Euer Upload sinkt, Streamlabs OBS merkt, dass es die Bitrate nicht mehr halten kann und senkt die Bitrate, anstatt Frames zu verwerfen. Das ist ganz praktisch. Klar, die Qualität eures Streams leidet darunter und das Bild wird in dem Moment auch schlechter sein, aber es werden keine Frames verworfen, was zu Lags am Stream führen konnte. Das heißt, der Stream bleibt weiterhin flüssig, das Bild wird halt einfach unschöner. In dem Moment, wo Streamlabs OBS merkt, dass eure Schwester mit dem Upload des Schminkvideos, oh Gott, wieso hänge ich eigentlich auf diesem Schminkvideo fest? Naja, macht ja auch nichts, fertig ist, kann Streamlabs OBS die Bitrate wieder bis zu dem Punkt hochdrehen, den ihr eingestellt hattet, also in diesem Beispiel 5000. Somit bekommt ihr eigentlich nichts weiter mit, als dass die Qualität mal runter geht, wenn euer Upload nicht stabil ist, anstatt dass euer Stream leckt. Ein super Feature, finde ich, sollte man definitiv aktivieren. Was ihr dann im Zuge im gleichen Fenster auch seht, ist, dass ihr nun hier ein Suchfenster habt. In den Einstellungen kann es ja manchmal sein, dass man sich wirklich dumm und dämlich sucht. Und wenn man nun irgendeine Einstellung sucht, die man gerne ändern möchte und man findet sie nicht, dann kann man das Ganze hier einfach suchen. Zum Beispiel, ich gebe jetzt mal hier Encoder ein, mal gucken, was dann passiert. Encoder und schon seht ihr alles klar, ich werde auf die Ausgabe geschmissen zu Streaming und sehe hier gelb markiert den Encoder. Ein wirklich nettes Feature, um schnell zu gesuchten Einstellungen zu kommen. Schließen wir das ganze Fenster mal und schauen uns nun ein weiteres Feature, beziehungsweise ein zurückgekehrtes Feature an. In dem vorherigen Update-Video zur 017.1 hatte ich ja erklärt, Mensch, Streamlabs, was macht ihr da? Ihr habt das Dashboard rausgenommen. Das Dashboard, was so viele geliebt haben in Streamlabs OBS, weil man darüber einfach nochmal besser und konkreter einstellen konnte. Ich hatte euch dann gesagt, öffnet das Dashboard einfach im Browser. Dann könnt ihr das dort weiterverwenden und die Einstellungen werden ja mit Streamlabs OBS synchronisiert. Streamlabs hat mit diesem Update nun einen Button eingeführt. Auf der linken Seite findet ihr hier dieses, ja, ich weiß nicht, was es sein soll, ein Tempomat mit Dashboard. Wenn ihr da draufklickt, dann öffnet sich euer Browser und ihr habt das Dashboard direkt im Browser. Ich finde es weiterhin nicht so elegant, denn ganz ehrlich, warum habe ich jetzt einen Button in Streamlabs OBS, um das Dashboard zu öffnen und werde dann in den Browser geschmissen? Streamlabs, bitte, wenn man auf diesen Button klickt, öffnet das Dashboard doch weiterhin direkt in Streamlabs OBS. Das würde es so viel angenehmer machen. Mit dem Update hat Streamlabs außerdem ein Problem bzw. viele Probleme mit Webcams behoben. So wird es jedenfalls von Streamlabs in den Update-Nodes genannt. Und zwar gab es dort Inkompatibilitäten mit neueren Treibern von Webcams, sodass die Webcams nicht erkannt worden sind oder aber die Einstellungen nicht gespeichert worden sind. Mit dem Update zu 018.4 soll das Ganze nach Aussage von Streamlabs behoben worden sein. Ich konnte bei den Webcams, die ich hier zur Verfügung habe, keine Probleme feststellen. Sollte bei euren Webcams irgendwas nicht funktionieren, gerne mal in die Kommentare posten. Dann kann man da ja mal weiterschauen und das Ganze vielleicht nochmal an Streamlabs weitergeben. Und nun kommen wir zum letzten und meines Erachtens nach richtig, richtig geilen Punkt. Das würde ich mir für OBS Studio mal wünschen. Und zwar gibt es nun selektives Recording. Was bedeutet das Ganze? Das bedeutet folgendes. Wenn ihr nun streamt, dann habt ihr hier in eurem Stream euer Spiel. Ihr habt vielleicht noch eine Box hier rechts, eine Webcam. Und ihr streamt das Ganze. Kein Problem. Ihr wollt das Ganze aber vielleicht auch aufnehmen. Das heißt, ihr erstellt noch richtige Aufnahmesettings in Streamlabs OBS. Und während ihr streamt, klickt ihr hier unten auch auf Rec. Also nehmt das Ganze auf. Nun passiert folgendes. Ihr streamt alles mit Webcam und Overlay und dann kommt ein Follow und es kommt ein Alert ins Bild. Alles schön und gut. Aber genau das gleiche Bild, das seht ihr dann auch in der Aufnahme. Das heißt, in der Aufnahme ist dann auf einmal ein Alert über dem Spielbild. Man sieht eure Facecam, die ihr vielleicht da gar nicht haben wollt, weil ihr dort einfach nur das reine Gameplay haben wollt. Man sieht vielleicht noch weitere Dinge, die ins Bild fliegen, weil ihr das eingebunden habt. Und das wollt ihr eine Aufnahme eigentlich gar nicht haben und ärgert euch. Und bisher gab es eigentlich nur die Möglichkeit, ja man öffnet einmal Streamlabs OBS und man öffnet noch ein zweites Mal vielleicht OBS Studio, um dort dann parallel aufzunehmen, was natürlich noch mehr Ressourcen frisst. Und ja, da sind manche schon echt verzweifelt. Und was Streamlabs OBS da jetzt gemacht hat, finde ich richtig, richtig geil. Und zwar findet ihr hier in der Liste der Quellen einen Button Toggle Selective Recording. Wenn ihr das macht, dann erhalten alle Quellen in der Liste hier so einen weiteren Icon oder Menüpunkt, den ihr nutzen könnt. Und dort gibt es drei verschiedene Zustände. Ich ziehe das Ganze mal ein wenig hoch, um euch das zu erklären. Ihr könnt jetzt pro Quelle einstellen, ob diese Quelle im Stream sichtbar ist. Ob die Quelle in der Aufnahme sichtbar ist oder ob sie in beidem sichtbar ist. Standardmäßig, so seht ihr das Ganze jetzt, ist hier eine Kamera und so ein Sendemast. Visible on both. Stream and Recording. Bedeutet, diese Quelle wird im Stream und auch in der Aufnahme zu sehen sein. Wenn ich jetzt einmal draufklicke, dann wechselt das Ganze nur zu solchen Wellen. Das bedeutet, diese Quelle ist nur im Stream sichtbar, aber nicht in der Aufnahme. Und was ich noch machen kann, ist, ich kann nochmal draufklicken, dann wechselt das Ganze zu einer Kamera. Und das bedeutet, diese Quelle ist nur in der Aufnahme sichtbar, aber nicht im Stream. Das macht das Ganze richtig, richtig cool. Denn nun könnt ihr eure ganzen Quellen hier einbinden und könnt dann jedes Mal für jede Quelle einstellen, ist die im Stream. Und in der Aufnahme zu sehen, nur im Stream oder nur in der Aufnahme. Und somit habt ihr am Ende des Tages einen wunderschönen Stream mit allen Quellen, die ihr dort auch sichtbar machen wollt. Und ihr habt eine cleane Aufnahme ohne Alerts und anderes Geschnörkel, was dort drin nichts zu suchen hat. Also Props an Streamlabs, das ist wirklich mal ein echt geiles Feature. Würde ich mir für OBS Studio definitiv auch wünschen. Ja, und damit sind wir dann auch schon am Ende dieses Videos angekommen. Ich hoffe, diese News zu den Updates konnten euch helfen, beziehungsweise haben euch gefallen. Lasst mir doch mal ein paar Kommentare unter dem Video da, was ihr zu den neuesten Entwicklungen von Streamlabs OBS sagt. Bis dahin sage ich vielen Dank fürs Einschalten. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir doch einen Daumen oben da. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Ciao, ciao! Ciao! Untertitelung des ZDF für funk, 2017